Leider wollte von den neuen Regierungsmitgliedern noch keines ins ZIP2-Studio kommen. Ich begrüße aber jetzt live bei mir Beate Meindler-Reisinger, die Parteichefin und Klubobfrau der Neos. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, Herr Röhrig. Frau Klubobfrau, Sie sagen nahezu täglich, seit Wochen die Regierung sei überfordert, habe keinen Plan, liefere nur Chaos. Heute haben Sie gesagt, Sie haben null Vertrauen in die Regierung und trotzdem stimmen Sie gegen einen Neuwahlantrag. Das ist für eine Oppositionspolitikerin doch eher ungewöhnlich, oder? Ja, es ist dann ungewöhnlich, wenn man Parteitaktik vor Verantwortung stellen würde und das tun wir einfach nicht. Ich verstehe alle, die sagen, ich habe da kein Vertrauen in diese Regierung, die liefern einfach nicht, die sind mit Personaldiskussionen beschäftigt. Aber gleichzeitig muss man sich schon die Frage stellen, angesichts der Ernsthaftigkeit der Situation, in der wir sind, ob jetzt Neuwahlen tatsächlich das Beste für das Land sind. Es verunsichert gerade auch die Wirtschaft und es könnte durchaus auch dazu führen, dass die Wirtschaft sozusagen hier noch einmal auch einen Einbruch erleidet. Und für meine Fraktion haben wir ganz klar gesagt, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt den Appell lieber an die Regierung richten, sich zusammenzureißen und endlich zu arbeiten. Das haben Sie aber interessanterweise Ende Jänner noch anders gesehen. Da hat die Austria-Presse-Agentur von ihrer Club-Klausur berichtet, ich zitiere, es fehlt an Leadership und am klaren Gestaltungswillen, urteilte Meindl-Reisinger über die Regierung und sprach sich für Neuwahlen aus. Was ist jetzt anders als im Jänner? Am 24. Februar ist Wladimir Putin völkerrechtswidrig in der Ukraine einmarschiert und hat damit nicht nur eine Zeitenwende in der Sicherheitspolitik in Europa vorgerufen, sondern vor allem auch eine massive Verunsicherung der Wirtschaft und vor allem der Energieversorgung und die Preise angetrieben. Und das ist definitiv anders und daher jetzt eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, die mit Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein für das Land jetzt auch begegnet werden muss. Und dann bleiben wir gleich beim Ukraine-Krieg. Der hat die bisher bündnisfreien EU-Länder Finnland und Schweden dazu gebracht, dass sie der NATO beitreten wollen und wohl werden. Sie sagen, Sie wollen am liebsten eine gemeinsame europäische Armee, aber, ich zitiere Sie aus dem Profil, ich verschließe mich auch einem NATO-Beitritt nicht. Wenn es in den nächsten Jahren keine EU-Armee gibt, und davon gehen die meisten Fachleute aus, soll Österreich dann der NATO beitreten? Also grundsätzlich möchte ich einmal eine Debatte darüber, denn ich habe den Eindruck, dass die Welt sich um Österreich ändert. Wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft in Europa unglaublich viel gelernt haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, aber gerade auch in den letzten Wochen, was alles wieder möglich ist. Ein Angriffskrieg mitten in Europa durch Russland. Und dass aber die österreichische Bundesregierung eine Kopf-in- den Sand-Politik betreibt und sogar der Kanzler die Debatte für beendet erklärt hat. Insofern unterstützen wir sämtliche Bestrebungen, die sagen, lassen wir uns darüber reden, wie die Sicherheit Österreichs am besten gewährleistet wird. Gut, wir reden ja darüber jetzt. Irgendwas, meine Frage war jetzt, wenn es diese gemeinsame EU-Armee, die Sie gerne hätten, aber die niemand in nächster Zukunft sieht, wenn es die nicht gibt, soll Österreich dann der NATO beitreten? Na ja, grundsätzlich gibt es drei Wege, aber der Weg, den wir jetzt gerade begehen, der geht eben genau nicht. Sich sozusagen auf einem sehr antiquierten, fast schon verklärten Bild der Neutralität auszuruhen und gleichzeitig das Land zu sein, das sich am wenigsten verteidigen kann, weil auch nichts investiert worden ist. Man kann es so machen wie die Schweiz, da muss man massiv aufrüsten. Man muss aber auch wissen, dass in den vergangenen Jahrzehnten niemals Länder angegriffen worden sind, die in einer Partnerschaft sind, immer nur neutrale oder paktfreie Länder und auch eine Schweiz einen wirklichen Angriff nicht lange durchhalten würde. Man kann sich für einen NATO-Beitritt aussprechen oder man kann die europäische Partnerschaft stärken. Und so unrealistisch ist das nicht, weil das passiert ja gerade, auch mit dem sogenannten europäischen Kompass. Was aber Österreich jetzt hier, finde ich, verpasst in dieser Diskussion, ist ein klares Bekenntnis zu dieser europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik abzugeben und vor allem auch hier zu sagen, wir sind auch als Österreich solidarisch. Sie kennen die Diskussion, wir lehnen uns zurück auf die sogenannte irische Klausel, dass wir uns auch raushalten können. Das macht uns aber nicht paktfähig, wenn es darum geht, jetzt diese europäischen Einsatztruppen zu machen. Und daher plädieren wir dafür, dass Österreich ein Bekenntnis zur Solidaritätsklausel abgibt und damit auch der Professionalisierung des österreichischen Bundesheeres Vorschub leistet. Es gibt aber bald nur mehr vier EU-Länder, die nicht bei der NATO sind. Malta, Zypern, Irland und Österreich. Alle 23 anderen sind in der NATO. Genau deswegen sagen ja Fachleute, es wird keine gemeinsame EU-Armee geben, weil die braucht niemand, weil die haben alle schon die NATO. Darum, was spricht für Sie gegen einen NATO-Beitritt Österreichs? Nun, einen NATO-Beitritt würde bedeuten, dass wir die Neutralität tatsächlich abschaffen müssen. Und ich sage Ihnen ganz offen, dafür gibt es ganz offensichtlich derzeit keine Mehrheit. Sie brauchen dafür eine Zweidrittelmehrheit und die gibt es nicht. Was es aber auch nicht geben darf, angesichts dieser wirklich ernsthaften Situation und dieser veränderten Sicherheitsbedingungen, ist eine Debattenverweigerung vom Kanzler abwärts und eine Kopf-in-den-Sand-Politik. Okay, aber das hatten wir schon. Naja, aber darum geht es doch, Herr Wolf. Und ich sage Ihnen, ich möchte diese Debatte starten. Ich sage Ihnen, was mein Zugang ist, nämlich auch eine Unabhängigkeit Europas von den USA, von der NATO. Das wäre der erste Schritt jetzt einmal die Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in dem, was es schon gibt. Diese europäischen Einsatztruppen, die ja kommen sollen. Und da soll Österreich sich voll und ganz zur Solidarität bekunden. Das hat übrigens Schweden vor ein paar Wochen auch gemacht. Ja, soll Österreich, so wie Schweden es auch gemacht hat, von seiner immerwährenden Neutralität zum Status bündnisfrei wechseln, sodass man bei jedem Konflikt quasi neu entscheiden kann, ob man sich oder wie man sich beteiligt? Noch einmal, ich glaube, Österreich muss vor allem einmal einen Diskurs starten, einen Dialog auch mit den Menschen in Österreich. Aber ich möchte ja herausfinden, welchen Standpunkt Sie da vertreten. Was möchten die Österreicherinnen und Österreicher? Das werden wir jetzt nicht feststellen. Ich würde gerne wissen, was Sie möchten. In der Zunstattung soll Österreich sich für bündnisfrei erklären. Ich glaube, dass es hoch an der Zeit ist, die Neutralität zu debattieren, nicht sozusagen um den Mäntelchen der Vergangenheit und sie neu zu definieren. Wir haben unfassbar viel gelernt, aber ganz offensichtlich die österreichische Politik nicht. Ich habe Ihnen gerade eben gesagt, dass unser Weg, den wir präferieren würden als NEOS, eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt. Das haben Sie mir tatsächlich schon gesagt. Und da brauchen Sie keine Debatte über bündnisfreiheit versus Neutralität, weil das ist im Rahmen, da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen, aber unsere Auffassung ist, dass es im Rahmen der bestehenden Gesetzeslage möglich ist, ja sogar geboten ist, weil wir ja mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union auch der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Verfassungsrang beigetreten sind. Aber eben mit dieser irischen Klausel, also es werden Völkerrechtler jetzt manche anders sehen. Aber genau das ist ja mein Punkt. Diese irische Klausel, von der soll Österreich abweichen und voll und ganz die Solidaritätsklausel... Da werden jetzt viele Völkerrechtler erklären, dann geht es mit der Neutralität nicht mehr zusammen, weil die irische Klausel wurde eben genau für neutrale Länder eingeführt. Ich glaube, da gibt es einen unglaublichen Spielraum, den auch die Neutralität bietet, wenn man gewillt ist, das auch sozusagen angesichts der gegebenen Sicherheitsveränderungen auch entsprechend neu zu interpretieren. Jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat Ihre EU-Abgeordnete Claudia Gamon im April für ein sofortiges Gas-Embargo der EU gegen Russland gestimmt. Wie soll denn Österreich, das zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig ist, das durchhalten, ein sofortiges Embargo? Also meines Wissens nach haben fast alle österreichischen EU-Abgeordneten für dieses Gas-Embargo bestimmt. Es gab eine große Mehrheit im Europäischen Parlament. Allerdings ist die Situation in Österreich verdammt schwierig, weil wir zu 80 Prozent abhängig sind vom russischen Gas. Das ist sicherlich einer falschen Politik der Vergangenheit geschuldet. Deshalb sagen wir NEOS jetzt schon seit Wochen, dass wir zumindest auch darüber diskutieren müssen auf europäischer Ebene, wenn es kein Gas-Embargo geben kann, weil das einfach enorme wirtschaftliche Verwerfungen bringen wird, wie wir verhindern können, dass wir mit den Zahlungen für Gas diesen Angriffskrieg finanzieren. Und da gibt es zwei Vorschläge von uns. Einerseits die Zahlung über ein Treuhandkonto, andererseits Strafzölle, die wiederum herangezogen werden könnten, um erstens einmal die Energiewende zu finanzieren und zweitens einmal auch vor allem den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Gut, aber das heißt, sie sind nicht für einen sofortigen Bautstopp für russisches Gas. Das ist einfach schlicht nicht möglich. Was ich allerdings auch nicht verstehe, ist, dass die Bundesregierung hier meines Erachtens viel zu langsam, viel zu lasch, viel zu unseriös und unernsthaft sich bemüht, alternative Gasquellen zu russischen Gasquellen zu suchen. Ich weiß, es ist schwierig, weil es lauter komplexe Themen sind. Trotzdem möchte ich ja noch zwei ansprechen und wir haben schon immer sehr, sehr wenig Zeit. Heute wurden die neuen Inflationszahlen bekannt 7,2 Prozent, so hoch wie seit 1981 nicht mehr. Die Neos schlagen etwas vor, was sie seit ewig fordern, nämlich die Abschaffung der kalten Progression. Das wäre sehr teuer und am meisten profitieren davon würden die Menschen, die sich die gestiegenen Preise noch am ehesten leisten könnten. Ist das fair? Ja, das ist unbedingt notwendig. Warum? Wir sagen übrigens, die ärmsten Haushalte müssen natürlich direkt unterstützt werden. Und zwar am besten meines Erachtens mit Cash, damit die selber aussuchen können, wie sie das Geld verwenden. Aber diese Preissteigerungen, die sind schon längst in der Mitte angekommen. Und das unterschätzt meiner Meinung nach diese Bundesregierung massiv. Hier gibt es viel zu wenig Maßnahmen, wirklich den Mittelstand, die Mittelschicht, auch übrigens den betrieblichen Mittelstand dabei zu unterstützen. Und dazu brauche ich ein Ende dieser Inflationssteuer, diese Abschaffung der kalten Progression. Und zwar auch nachhaltig, weil der große Krisenprofiteur ist derzeit der Finanzminister. Und das kann es ja wirklich nicht sein, dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie die Gas- oder Stromrechnungen bezahlen. Mittelständische Betriebe mit dem Rücken wirtschaftlich zur Wand stehen und der Finanzminister sich über ein Körpergeld freut. Letzter Punkt, ganz kurz. Die Pandemie, da haben die NEOS heute einen Antrag im Parlament eingebracht, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen. Erstens soll das nur für den Handel gelten oder auch für Post, Apotheken, Bahn und Taxi, wo die Masken noch vorgeschrieben sind. Und ist es gescheit? Im ersten Pandemie-Sormat hat man das gemacht und nach sechs Wochen musste man sie wieder einführen. Schauen Sie, Herr Wolf, ich war jetzt in Europa unterwegs und wir sind da in einer sehr einmaligen Lage in Österreich, dass es diese Maskenpflicht noch so weit gibt. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt richtig ist, die Maskenpflicht abzuschaffen. Überall? Ja, in der Regel überall, aber es heißt ja nicht, dass, wenn ich möchte, die Maske nicht auch aufsetzen kann. Auch das habe ich hin und wieder gemacht, beispielsweise letztlich in der Londoner U-Bahn. Letzte Frage. Die NEOS haben sich für die durchaus umstrittene Impfpflicht ausgesprochen, hat manche verwundert bei einer liberalen Partei. Die wurde dann vorerst ausgesetzt. Soll sie jetzt im Herbst scharf gestellt werden oder braucht man sie jetzt einfach nicht mehr? Das ist eine Frage, die Sie vor allem den Expertinnen und Experten stellen müssen und vor allem der Bundesregierung. Es ist ja eine einmalige Situation gewesen, dass der Gesetzgeber sich hier durchgerungen hat, eine durchaus schwere Entscheidung zu treffen, allerdings mit einem flexiblen Gesetz und gleichzeitig oder mehr oder weniger einen Tag später die Regierung gesagt hat, na ja, darauf pfeifen wir eigentlich eh wieder. Also man könnte auch einmal demokratiepolitisch darüber diskutieren, wie hier eine Exekutive, eine Legislative brüskiert. Aber es ist diese Flexibilität geschaffen. So wie ich das derzeit verstanden habe, ist die Situation so, dass nicht erwartet wird, dass jetzt wieder eine gravierende Variante daherkommt. Aber der Sommer darf natürlich nicht verschlafen werden. Und das ist eine entscheidende Frage, die ich mir auch als Bürgerin dieses Landes stelle, was sich eigentlich jetzt die Regierung vorstellt. Und die ist am Zug. Frau Mendel-Reisinger, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Danke.